Andi! 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 Oh nein, ich spring mir dazwischen! Franzi, warte mal! Warte! Hallo! Oh nein, dann pustet der ist krank! Ja, genau. Ja, ja, ja. Machst du schon mehr Dink, Quatsch? Wenn ich wollte, brauchst du Hustenbonbon. Machst du mehr Dink, Quatsch? Stich, Franzi, ich will mich hier einmal mit dir unterhalten, aber du willst ja nicht. Ich, 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 brauchst du Hustenbonbon, Jano? Nee. Ja, ja, doch. Ich will noch DVD gleich. Nee, du machst, du machst Mongas oder so, ne? Also du machst noch in der anderen Gruppe. Aber Donnerstag können wir noch DVD spielen, wenn du möchtest. Kommt drauf an. Hast du das neue Kapitel heute schon gespielt? Nee, noch nicht. Bist du böse? Nein. Kannst du anders, weil dich gewinnt? Äh, ja, ich bin Falcon. Echt? Ja, du bist ja böse. Ja, aber nicht so böse. Also dich lass ich am Leben, wenn du mir hilfst. Aber hier ist wer, der hat das gehört. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay, lass einfach woanders hingehen. Diesmal lass mal gar nicht verdächtig sein am Anfang. Ach, nee. Lass mal einfach nicht, hier ist man nicht verdächtig. Okay. Ja. Der arme Andi ist heute auch schon oft als erstes gestorben, ne? Oh, wirklich? Ja. Oh, das tut mir leid. Lass mal gucken, ob er noch da ist. Okay. Vielleicht wurde er gegessen. Hier ist nichts passiert. Warum ist er tot? Ich bin gut im Verstecken. Der war schon tot. Wir wollten Andi, wir wollten Andi fragen, muss ihm gehen. Guck mal, Franz, die hat ein Geister. Guck mal, die reißt das Mund den Hut auf. Ja. Hast du was gegeben? Ruta. Nee. Sie muss sich... Oh, oh. Hä, warum? Die... Oh, warte. Oh. Komm mal mit, Franzi. Ja, ich komm mit. Scheiße, der Killer ist gewendet. Der ist hier rot gewendet. Hier wurde... Oh, scheiße. Von brennenden Häusern weglaufen. Franzi, du rennst von brennenden Häusern weg. Okay, Franzi, pass auf. Pass auf, Franzi. Ich weiß, wie... Ich weiß, wie wir das machen. Komm, Babe Kill. Ich... Nee, war es nicht. Doch. Der hat gerade noch gelebt. Ich habe vorne neben Gippi gestanden und der hat neben der Leise gestanden, aber Gippi war es nicht. Der hat gerade noch gelebt mit Dalu und Franzi und mir. Nee, du standest daneben, neben der toten Leiche. Ich kam dazu, dann haben wir uns unterhalten. Und dann wolltest du mich reinlegen. Weiß aber nicht, wieso. Ich glaub, du bist Dodo. Und Franzi ist von der Leiche, äh, von dem Haus weggelaufen, das gebrannt hat. Ja, weil Feuer tut weh. Das ist korrekt. Also Nio ist da gestorben. Sie ist aus dem Feuer der Mann. Nein. Gippi, Gippi scheint Dodo zu sein. Ja. Ein Feuer wär ganz. Dodo Schmodo. So, da uns das jetzt nicht viele Infos gibt, das geben wir jetzt. Wir skippen jetzt. Okay, wetten, irgendwer ist Troll und Dodo. Remember, Gippi ist Dodo. Ja. Gut, nur dass er es ist. Franzi, wir treffen uns am Knast. Okay, am Knast. Wer hat mich gevotet? Zwei Trolle gibt's. Ja, du selber, du Dodo. Wer war das? Der Gippi ist Dodo. Ich bin kein Dodo. Ich bin kein Dodo. Ich bin kein Dodo. Wo geht's hin? Was willst du da eigentlich mit Franzi klären? Könnt ihr eure Probleme lösen? Wir haben da was Wildes vor. Okay, pass auf. Weg bitte, alle weg, weg, weg. Okay, pass auf Franzi. Der Kunran ist nicht. Ja, ja, ja. Ja, ich muss hier Aufgaben machen. Okay Franzi, das ist jetzt natürlich doof, dass die jetzt schon sabotiert wurde. Pass auf. Ich kann rausfinden, von wo die Sabotage gemacht wurde. Ja? Wir warten jetzt, bis das kommt. Dann rennen wir da direkt hin und dann machst du den fertig. Dann ist ein Böser ja schon weg. Ja. Lass mal in der Mitte stehen, dann können wir schneller überall hin. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ich hab die Karte. Wie tut's als wäre? Die macht der Freundschaft. Gippie ist Dodo. Hier wird gewartet. Gippie ist Dodo. Gippie ist Dodo. Gippie ist Dodo. Können wir mal bitte nicht so stacken hier? Das ist hier ein bisschen viel los. Gippie ist Dodo. Okay, dann geh ich. Okay, sorry. Oh nein. Oh nein. Gippie ist Dodo. 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 So, der versucht die ganze Zeit so zu tun, als hätte er getötet und dann versucht es auch nicht zu schieben. Aber du weißt immer noch die Logik, dass die Leute, die den Dodo draußen haben wollen, die Leute sind, die böse sind, die nicht aus Versehen wollen, dass der Dodo aus Versehen gebotet wird, damit ihre Runde nicht sabotiert wird. Gippie ist Dodo. Welch Böse? Welch Böse? Ja, dann würdest du die gesamte Zeit über den Dodo callen, damit keiner den Dodo callt. Nee. Nee, dann hätte ich Gippie schon lange umgebracht, wenn ich böse wäre. Aber ich habe ja gesagt, wenn ich tot bin, holler ist es. Wenn du Gippie tot wirst, können wir auch einfach Gippie voten. Wir sind immer noch acht Leute, wir sind immer noch acht Leute, wir können noch eine Runde bestimmen. Ja, worte nicht noch. Na los, bin ich auch gewohnt. Gippie ist Dodo. Gippie ist Dodo. Ja. Totet mich. Was machen Dodo und Franzi immer? Eigentlich. Wir lösen den Fall. Hä? Du bist Dodo. Du bist Dodo. Du bist Dodo. Nee. Okay, okay, bitte runter vom Platzverweis. Sorry, tschüss. Okay, okay, pass auf. Platzverweis, bitte weitergehen. Weitergehen. Aber ich muss nachher nochmal hier durchlaufen. Okay, ich habe die Karte ready. Ich bin, ich sage dir direkt, und dann laufen wir dahin. Das wird passieren. Und dann, ja okay, dann töte ich. Ja, 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 wir finden den Mörder hier. Der hat immer so aus frechen Ecken hier gedrückt. Ja. Gleich haben wir ihn. Der wird schon in unsere Falle laufen. Gleich. Gleich haben wir ihn. Sie haben Platzverweis. Alle runter vom Platz. Runter vom Platz. Es ist genau hier. Es ist Julie. Hier. Ja. 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 Wir kommen in Dodo. Das ist gar nicht. Ich dachte das. Aha. Aber wir müssen jetzt, also ihr müsst mir vertrauen, ihr müsst Nefi voten. Nefi, das hast du mir noch? Das Ding ist, die einzige positive Rolle, die jemand töten kann, ist Devi. Das heißt, Franzi und Nefi sind böse. Nein, 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 nein. Ihr müsst mir vertrauen. Es ist Nefi. Ihr müsst jetzt, also geht als, ich weiß, es klingt verrückt, aber tut so, als wäre ich Dalu und ich würde jetzt sagen, voted Nefi. Weil dann würde ich das machen. Hä? Habt ihr auch Dalu gehört? Ja, dann müsstest du das aber bitte einmal auf Dalu-Art argumentativ untermauern, warum Nefi gevotet werden sollte. Ja. Ja, das ist, irgendwie ist das nicht überzeugend. Nefi ist es. Nefi ist auf jeden Fall gescheitert. Okay, ist gelogen. Ja, ist gelogen. Das ist Nefi voten, wirklich. Doch. Das ist gelogen. Habt ihr gehört, wie Dalu geredet hat? Er klingt wie Franzi. Ja. Ist aber auch erlückt. Ich glaube, diese... Franzi Dodo ist... Das ist ne Traitor-Frage. Ne, Gipi ist Dodo. Gipi ist definitiv Dodo. 100%. Also das, was wir damit gemacht haben, ist... Okay, wir hätten wir auf 5 Subs toller. Auf 5 Subs? Ja. Es ist ein ganzes Jahres-Einkommen für dich. Na komm, auf jeden Fall. Ja, ja. Du bist, du bist Dodo. Du Franzi Dodo hat nicht einen Einz... Ihr seid aber auch wirklich Inter-Einkommen. Ihr seid Inter-Einkommen. Wir haben es leider nicht geschafft. Das hat nicht geklappt. Glaubt einfach keiner da. Ja, aber weil du gesagt hast, du hättest nicht sagen dürfen, dass du das so machst wie ich, weil ich wurde auch rausgewordet heute in der ersten Runde. Ja, aber normalerweise glauben die doch mal an. Ne, mir glaubt hier keiner. Franzi, das war so ein guter Plan. Auf einmal geht die Sabotage neben uns. Mann. Entschuldig. Ja, du wirst ja wohl sabotieren. Ja, aber doch nicht, wenn du neben mir stehst. Ja, da standen gerade 10 Leute. Ich dachte, gemerkt schon keiner. Franzi und ich hatten so gemacht, wir warten bis einer sabotiert, dann rennen wir hin und dann passiert das genau bei uns. Ja, aber dann waren beide Bösen da. Das war frisch. Kümmert sich denn Divi jetzt um den letzten? Wo ist Divi? Ist Andi noch hier? Ne. Ich glaube, ich habe Türen zugemacht. Andi, fliegst du hier noch rum? Andi. Andi. Andi ist so ein Geister hier. Andi. Pippi. Ja. Pippi. Pippi. Die dumme Taube da schon wieder. Die dumme Taube hat gewonnen. Pippi. Die Taube schon wieder. War Divi gut gemacht. Hä? Ich war ja kein Dodo. Ich habe einfach die ganze Zeit nichts gesagt. Ich dachte so, ich spiele jetzt auf Silence, damit Franzi trotzdem fliegt. Franzi hatte ja eh den Nachteil, dass sie selber ja nicht mitvoten konnte. Sie musste ja skippen. Ich wollte ja nur skippen. Hahaha. Scheiße ey. Andi hat es wirklich heute oft erwischt. Das ist super ärgerlich. Ahhhh. Andi ist so ein lustiger Dude. Ach man. Unlucky ey. Darum bist du gut? Ja. Hätte ich jetzt als erstes sterben. Das ist ja alles kurz. Nice. Oh, da steht jetzt Franzi. Wo ist Andi? Ich habe einen Pflicht bekommen. Bye Lu. Was bist du jetzt? Hallo. Bist du doch wieder ein Kinder? Hallo. Jetzt bin ich böse. Okay. Alleine böse? Ne. Ne. Mit mehreren. Wir müssen Andi beschützen. Wir müssen Andi beschützen. Ja. Ich finde ihn nicht. Guck mal was ich machen kann. Ja, mich töten. Deswegen will ich eigentlich ein bisschen Abstand haben. Nein, nein. Ich kann mich in dich verwandeln. Okay, okay, okay. Wo soll ich danach hinrennen, damit das Suspekt aussieht? Weiß ich nicht. Oder du kehlst ein, rennst raus und ich renne wieder rein und sage Hallo. Ja. Oh mein Gott. Lass erstmal gucken wo. Vielleicht in der Bar. Okay. Dann kommst du einfach rein in die Bar und kommst du da raus und ich renne rein. Und nach sowas geht. Das ist okay. Die kommen ja aber schon. Hier kommen immer welche. Ja, ja. Da ist unser erster Gast. Hallo. Hallo. Äh, guten Tag. Nehmen sie Platz. Ich hab Angst. Wir gehen jetzt zum... Hey Leute. Hi. Hey, hier ist ja nix, ne? Uh. Uh. Na, hat's geschmeckt? Wer hat gegessen? Wer hat gekehlt? Die will jetzt nicht erfahren. Uh. Renn raus, renn raus, renn raus. Nee, nicht zwei von denen. Hey, ich hab hier geblieben, hier geblieben. Hey, hey, stopp, stopp. Andi, Andi. Warte mal. Hallo Franzi. Andi, Andi. Andi. Oh nein, ich spring mir dazwischen. Franzi, warte mal. Warte. Nein. 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 Franzi. Franzi. Wer war das? Nee, das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht, Franzi. Da kann ich, da kann ich nicht mal dich verteidigen. Das ist hart. Das ist... Das... 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 Minu. Minu, wie kannst du Andi killen? Jetzt hat sie sich in mich gemorpht? Was soll das denn? Oh Mann, das ist... Warte. Stopp. Was? Was? Ich hatte nur noch die Kill. Eine einzige. Äh... Was zur Hölle? Also das kostet aber 5 Subs. Das kostet aber... Also da würde ich jetzt auch 5 Subs an Niu raushauen. Das hören die jetzt nicht. Das hören die nicht, ja. Deswegen muss noch einer sterben, der ihnen das sagt. Kann noch einer töten? Okay, tötet mich. Tötet ihn. Tötet... Wir gucken alle weg. Nein, warte, ich bin Kanadier. Tötet mich nicht. Da kommt ein Report. Okay, wir sagens den Toten. Ich seh nichts. Hören die uns eigentlich jetzt? Hören die uns jetzt? Ja. Ja, Leute. Ja, stopp. Wie ist Andi? Das gerade war, Leute. Andi hat hier 5 Subs verdient. Einstimmig... Genau. Einstimmig kam das hier. 5 Subs an Andi hier. Von wem? Ich leg auch 5. Von Franzi. Ah, von dem Killer. Okay. Von Franzi. Ich leg auch 5. Du hättest wirklich Franzi, Andi getrunken? Ja, es war... Es ist... Man muss sagen, sie wurde ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und es könnte Notwehr gewesen sein. Aber... Ja, hat sie. Ich mein, er ist gesperrt. Sie hat der Aurax wahrscheinlich. Also... Ja, das... Also war es nicht die Lungenentzündung? Wir wollten ihn alle beschützen. Okay, ich hab ihn die ganze Runde nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht beschützt, oder? Ich hab ihn... Ich hab ihn gesehen, aber er hatte... Er hatte... Beleitschutz von Leuten. Ich glaub, ich kann losgehen und Dinge machen. Der war... Moment, der streamt ja gar nicht. Ich hab ihn trotzdem 5 gemacht jetzt. Nach dem dritten Kill... So... Ich hab jetzt auch 5 gelegt. Hab ich? Moment... Ich mach das danach. Ich möcht nicht sehen, weil ich... Weil der ja nicht streamt. Nein, der streamt nicht. Ich weiß. Ich glaub... Er hat sein VOD gelöscht. Er war grad noch in Goose Goose Duck online. Ja, Franzi hat ihn richtig getiltert. Oh mein Gott, Franzi hat einfach vom... Das ist so freundlich. Ich würd sagen, Franzi muss man mindestens 10 legen. Aber... Ja. Okay. Heute haben wir immer die Strenge geschlagen. Vor allem der arme Gippi auch am Anfang. No. Ja. Tragisch. Das ist ne traurige Runde. Können wir jemanden als Franzi Stellvertreter voten noch zusätzlich? Wer ist farblich denn am nächsten dran? Minou. Ich glaub nicht, dass das helfen wird. Nein, skipps. 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 Das tut uns jetzt leid. Sorry, Minou. Ich hab geskippt jetzt. Ich hab auch geskippt. Ich hab auch geskippt. Okay, das dürfte reichen dann. Ja, wir haben alle Minou gewartet, oder? Okay. Minou ist jetzt einfach... Minou ist jetzt einfach... Minou ist jetzt einfach... Minou hat sich selbst gewartet jetzt noch. Du hast springen. Nein, meine Runde. Nein, meine Runde. Mann. Hab ich das da rausgeholt, das Zeug? Alter, der arme Andi, ey. Aber... Ich hoffe, er versteht's. Er hat ja gar nicht gestreamt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hoffe, ihm geht's gut. Also... Also... Ja, da... Also wenn er das Biodin nicht gelöscht hat, dann hat er wirklich gar nicht getrieben heute. Denn... narben... wenn... net... Tremmel... häl... Hallo? Ah, ja. Das war schon gemein grad... die immer gesungen als er noch am leben war es war schon ganz schön gemein dann wollte sie es auch noch nie in die schuhe schieben hier drüben wurde jemand umgelegt glaube ich soll ich mit dir in die dunkle ecke gehen und gucken ja dass wir essen wie viel hast du schon so kann ist er erst du stehst du drauf ist sie weg das ist weg und man braucht schon mehr als drei ja vier brauchst du noch eine ich habe insider in was denn okay was ich hoffe es lauscht keiner okay wie ist kanadier das wäre bohnen angeboten und er hat es nie nur erzählen was hast du auch informationen zum bald schon diese runde ja aber gute information wir sind ein gutes team ich kann dir immer sagen ja warte jetzt ich bin absolut wilden move ja wenn einer von euch hier böse ist tötet mich ja ja das wird super krass doch doch ich bin auch kein kanadier ich bin medium ich bin der böse bei all den lieben leute hier töten man muss einfach frech sein ja weil wir vertrauen ihm ja und wir sind okay ist keiner böse er ist aber trotzdem keiner gestorben weg ja ne er fragt er sagt nur weil ich bin ich habe infos ich habe infos der infos ich weiß wer die tegel weg kannst du das allen weiter erzählen ich muss das allen weiter sagen komm ich mach mal okay du die macht das okay okay du kannst uns nicht hinterherlaufen wann kriegst du denn die info ob wer tot ist siehst du ein pfeil wenn jemand tot ist glaube ich ja okay ich hätte auch nie ist noch nicht ist noch nicht ja nefi kennst du den detektiv hier kennst du weißt du dass wegs detektiv ist ich bin detektiv wenn du mich tötest kann er dich scannen warte nefi nefi pass auf ich bin meinst du das detektiv bin ich habe letzte runde auf dich zum ding drauf gesetzt und du bist du bist kanadier ich bin kanadier ja 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 exakt nicht schlecht detektiv detektiv an deinem bärtchen erkannt warum wird denn keiner gekillt ich glaube die wies ich war gerade bei der gruppe nicht dabei die wies der wies zum bett um zu killen dann müssen noch einen rauslocken in dem ich mich töten lasse wir brauchen so ein bait also ich muss den nächsten den wir finden fragen wir noch mal ob er mich nicht töten will honest du musst denkt daran direkt fristen nicht reporten ja 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 herren die wappletos ist er einfach oh nefi willst ein gratis kill ja du musst mich einfach töten ich bin kanadier ach so hey minu willst du mich töten jetzt darfst du mich killen einfach mich abschießen Guck hier, einfach zack! Keh mich einfach. Ich würd gern. Okay, weiter, 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 weiter. Hey, Kunran! Willst du mich töten? Guck mal hier, hier ist ein Messer, Kunran. Oh, da ist aber dein Name drauf, he? Da ist aber dein... Kunran, willst du nicht ab... Kannst du schon böse sein? Einfach abstichen. Du kannst da jetzt einfach abstichen. Ja, einfach nicht. Wer ist denn böse? Weiter, weiter. Wieso sticht denn einer? Niemand sticht hier rum? Früher war alles besser. Es ist aber auch noch keiner tot. Das kann ja nicht sein. Gibi ist in der ersten Runde gestorben, leider. Oh, ach so, oh. Oh, der ist ja nur tot! Wo, wo, wo? Lass erst gucken, lass erst gucken. Rechts, 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 rechts. Ähm, irgendwo hier oben. Oh, guck mal wer da war. Oh, äh, 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 äh... Äh, äh. ich glaube ich habe fünf gelegt ich glaube der dicken halbtrain bekommen ich mache so was aber da ihr das da gerade irgendwie angezettelt habt wollte ich einfach mal danke sagen auch an die anderen die da jetzt gerade also halbtrain level 5 offline 180 prozent also dankeschön an euch